Und damit herzlich willkommen zu Trouble in Terrace Town, zusammen mit dem Chris. Hallo, meine Aufnahme hat nicht gestartet, hallo. Du bist doch nicht Nick. Hallo. Und dem Gerd. Hallo. Und dem Fanfarmer, der wieder nichts gebacken kriegt. Entschuldigung. Den ganzen Abend schon wieder so. Ich hänge hier in irgendeiner Scheiße fest, die ich selber nicht sehen kann. So, wir haben ein paar neue Waffen, hab ich eingefügt und alles und so. Vor lustig Regeln gibt es eigentlich nur eine. Wer tot ist, hält die Fresse. Ja, und zwar sofort. Nein. Du fällst um und dann ist... Ja, aber meins nimmt den Hotkey irgendwie nur, wenn ich auf dem Desktop bin. Ach du Scheiße. Okay, ich mach Chris ab jetzt auch immer random weg. Wer war das denn? Wer war's denn? Das ging schnell. Und ohne Begründung. Verdammt schnell. Das ging... Boah, ich hänge hier irgendwo fest. Bei mir ist wieder alles hier LSD. Ich kann mich nicht bewegen. Ach Gerd, hier ist dein Aufzug, ne? Ihr könnt was prinzipiell. Alter, ist das ne Rifle. Was denn? Boah. Oh, endlich mal draußen gespawnt. Aber ich muss mal den Sound ein bisschen leiser machen. Boah, die Lage ist alles richtiger. Oh nein, ich will nicht die MP7. Die ist voll kacke. Ich hab ne MP5. Ja, die ist besser. Aber ich hab jetzt ne AUG. Die ist noch besser. Du hast ne Auge? Das ist angenehm. Ja. In der Tat. Ich hab meinen Spiele-Sound ein bisschen leiser gemacht. Das ist ja übelst. Ja, und ich glaub, mein OBS hat voll die Probleme, weil das ruckelt voll bei der Aufnahme. Au! Okay, ja, musst du nachher mal gucken, äh. Boah, ey, aua! Hä? Wer hat denn jetzt gerade random wieder erschossen? Chris, wie immer. Chris, das ist nicht Sinn dieses Spiels, einfach immer abzuknallen. Das Problem ist, der Fan-Fammer hat sich aber selbst verraten, weil der ist in Fantasy hergelaufen und wollte dir krass in den Namen kaufeln. Ja, ich hab dich nicht gesehen! Also Fan-Fammer, du hast noch nie TTT gespielt, ne? Es geht darum, als Traitor verdeckt zu bleiben. Ja, aber ich hab gedacht, da steht Niemand! Blind ist er auch. Dass du in dem Moment einfach so offensichtlich... So offensichtlich? Ja, so offensichtlich. Woher jetzt? Leck mich nicht auf. Könnt ne Waffe gebrauchen. Ah, jetzt weiß ich auch, warum ich so selten Traitor bin. Weil ich so scheiße bin, oder was? Ja. Das hat ja damit nix zu tun. Ja doch, irgendwie schon. Oh, und ich hänge schon wieder in irgendeiner Scheiße fest, aus der ich nicht rauskomme. Nimm ich die Hände. Konnte der... Konnte der... Boah, was liegen hier Waffen rum? Joa, Inus 10, ey. So, ach stimmt, das war ja... Das war ja die Karte mit dem Todesaufzug. Todesaufzug? Ja. Ja, der hat sich mal ungünstig verheddert. Ungünstig verheddert? Wie liebevoll er das ausdrückt. Weißt du? Ja, weiß ich. Ungünstig verhed... Noll. Psss. Ja, wer ist da untergefallen? Wer hat sich denn jetzt unter den Aufzug gestellt? Alter. Äh, wie kann ich denn meine OBS-Aufnahme gleich überprüfen? Äh? Hä, das siehst du doch, ob die aufnimmt. Äh, ja. Ich hab das auf dem zweiten Monitor offen und die ist voll am Ruckeln. Äh, hatte ich auch mal gehabt. Tapp mal raus auf OBS und dann tapp wieder ins Spiel. Dann dürfte das behoben sein, das Problem. Ja, es kann sogar sein, dass das sogar nur die Vorschau ist, die ruckelt. Ja. Also das Problem hatte ich auch schon. Hilfe! Hilfe! Passiert mir beim ETS ständig. Ich komme hier nicht raus. Ah, jetzt. Okay. Ja, ne? War das Problem. Siehst du? Ja. Ja, kenn ich. Habe ich im Livestream zum Beispiel auch schon gehabt, dass das irgendwie... Oh. Nein, ich will die Waffe nicht. Die will ich. Wie schöner. Ah, da ist eine gute Waffe. Mann, ich will immer Q drücken zum... Hier spielt doch schon wieder jemand mit dem Aufzug. Ja, da ist doch... Oh. Wieso mit dem Aufzug? Ey! So, und irgendwer ballert hier. Das klingt stark nach AK. Irgendwie... Aber wobei, ne, die haben wir doch eigentlich gar nicht. Aber das hört sich so an. Wie draußen? Ah! Weg mit dir. Alter. Das war voll unfair. Alter, ich habe den random hier oben vorm Dach, habe ich auf den geschossen, weil ich gesehen habe... Hä? Nein! Ich habe im... Ich habe geguckt nach Waffen, weil hier lagen Waffen und ich wollte... Ah Mist, Mayo hat den Kill bekommen. Was soll denn der Schrott? Ja. Ja, weil ich... Weil Mayo random kill macht. Ja, aber ich habe auch drauf geballert. Ach Mann. Ja. Ja, random kill. Natürlich war das ein random kill. Ja. Ja, aber dass du dann angefangen hast, auf uns zu ballern, war nicht so random. Ey, das war auch mein Ziel. Ja, dann war ja klar, dass du es bist. Was hier Waffen umliegen. Also auf jeden Fall, das Waffenupdate, das ich gemacht habe, hat funktioniert, ne? Ja. Das soll jetzt auch nicht funktionieren sein. Ja, eben. Ey, eine Galil. Eine was? Eine was? Bitte was? Eine Galil. Ja. Lass mich raten, ich bin innocent. So, ich behalte jetzt einfach mal die von was. Also wie gesagt, wer tot ist, hält einen Mund, ne? Okay. Ja, immer. Hallo. Ich glaube, ich glaube, wenn wir uns weiter so kompetent anstellen, dann müssen wir zwei Karten pro Folge machen. Ja. Ja, die Runden sind wirklich... Ey, ey, ey! Irgendwas geht schon wieder ab. Ich glaube, da muss ich aber runterfahren, damit ich ja was mitbekomme. Noch keiner tot, ne? Nee, noch gar keiner. Ja, aber fast. Weil ich ein Gerd hier oben hab. Waschenlampe an. Kannst du mit F an- und ausmachen. Hilfe, ich steh auch fast dran. Ich steh... Hä? Ich steh... Hä? Hä? Da hat auch irgendjemand gestorben. Ähm... Wie ist der in den Aufzug reingefallen? Und warum backt der da noch? Boah! Alter! Du backst... Warum ist der Aufzug zu laut? Weil er so laut sein muss? Nein! Meinst du? Boah! Wieso hab ich das Gefühl, dass ich alleine bin? Ah! Nee, 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 der Nick ist tot. Der Nick ist tot? Ja. Nein! Mein Gott, du Mieser! Halt die Fresse, du bist tot. Ja, ich hab gedacht, die Runde ist schon vorbei. Halt die Fresse, du bist tot. Buh! Buh! Das war's für heute. Leute, wir machen das so, wer tot ist, schaltet sich im Teamspeak stumm, weil dann kann er mindestens noch die eigene Folge kommentieren. Ne, das Ding ist aber, wenn er nicht zum einen das und zum anderen, wenn er nicht konfirmt tot ist, dann kann man ja theoretisch gucken, via Teamspeak, wer tot ist, was dann Vorteile für manche Leute haben könnte. Stimmt, okay. Oder man müsste den, ähm, hier über das, äh, Dings nutzen, in Voice Chat, über Gary Motz. Ja, ist aber... Ist ja blöd. Da hör ich... Ach, das geht jetzt... Achso. Ah, super, funktioniert nicht mal mehr. Ja, ist egal, dann machen wir's halt so, wer, wer tot ist, ist ruhig. Also Leute. Alter. Aber es gibt Momente, da kann man sich das Lachen nur schwer verkneifen. Ne, wollte ich grad sagen. Ja, lachen, lachen und quatschen, das ist aber ein Unterschied, ne? Ja. Ja. Ah, Hilfe. Ich weiß nicht, wodurch ich gestorben bin. Tatsächlich nicht. Ich muss sehen. Ich hab keinen Plan. Chris, du hast keine Waffe in der Hand, du bist Treter. Ne, ohne Scheiß, du hast bei mir keine Waffe in der Hand. Träter. Der hat Treter? Treter, ja. Der hat Treter. Chris ist Treter. Treter hat er bestimmt auch. Ey, da schubst der mich hier in LKW, ich glaub's ja nicht. Oh, Hilfe. Entschuldigung. Ey, was war das? Tschüss. Nimm ich mit? Äh. Bäh. Hä? Was ist denn jetzt passiert? Lache dabei, ne? Chris, was machst du da? Ich geh hier hinten raus, ja? Alles safe. Oh, Problem. Ja, voll. Ich kann nicht mehr. Mach mal mal der Ruhm. Ne, Space Trees. Was hattet ihr denn jetzt gerade? Der eine ist vom Aufzug erschlagen worden und der andere kommt mit dem Aufzug runter und er schießt mich. Der im Aufzug war ich. Also erst hat Gerd den Fehler gemacht mit mir in den Aufzug. Ich glaub, der Aufzug ist schon da, da guck ich immer ein bisschen da, kein Klop. Ne, ne. Erst hat Gerd den Fehler gemacht mit mir in den Aufzug zu kommen. Ja. Und als ich dann runtergekommen bin, hat es irgendwen von alleine erschlagen und dich musste ich dann noch wegschießen. Ja, Mayo. Will? gì, weiß ich immer.